ja hätte ich ihn da eingeengt das wäre richtig mein gott wichser ist tot hi leute was geht golden game am stadt jo erstmal clan tag eingeben wie immer was das denn was das so golden game upsala de so gibt es hier neue skins vielleicht no 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 ok nehmen wir mal wieder was anders das standard mäßiges geld so wir spielen eine weitere runde slitherio mit dem goldenen worm hier und ja gute neuigkeiten dass also bis jetzt sieht zumindest noch so aus dass bei der bewertung also bei der abstimmung welche spiele kommen soll minecraft und rocket league beides kommen soll und ja ich habe auch schon ein bisschen produziert an rocket league und einmal minecraft morgen kommt dann die erste folge rocket league darauf können wir schon mal sehr doll freuen und ja ich verrat nicht wie es ausgeht aber werdet ihr dann sehen hoffentlich hoffentlich wird es euch gefallen und erzählt allen leuten weiter wie das spiel auch mögen und auch gerne das zugucken verbreitet ist einfach wie was weiß ich dann mit wir unsere community aufbauen und stärken können und ja das wäre ganz nett und könntet ihr auch mal feedback da lassen von wegen ja falls ihr was ein feedback habt was wäre das denn wenig dankeschön ja das wäre dann das dass wir morgen mal unbedingt gucken sollte das video kommt auch früher schätze mal so am morgen schon also morgens kommt das dann schon aus weil ich habe das ja schon aufgenommen und das geht dann ganz schnell muss nur noch editieren und dann hochladen und dann war es das schon die meiste zeit geht ja beim aufnehmen drauf oha und ja der alex ja das wäre ganz nett mal da wenn ihr da vorbeischaut und dann eintragt ja morgens kommt ein video ne ne alex guckst du auch hier getrackt bitch oha nein nein wieso bin ich so dumm warum weshalb warum das war cool aber dann kam der alex und versemmelt es mir mann du siehst aus wie alex du stirbst jetzt so dankeschön du drogen heini drogenbaron du kleiner auha juhu na pick mich alter mann pro was ist denn hier los man in der mitte gieße warum ist heute am rand jetzt eh komm her kleine seele ich bin zu klein um der seele zu folgen ich will aber haben haben schon sie entfernt sich gibt mir mehr staff muss erst ein staff dessen na sie ist weg da ist sie wieder ach gott und dreh ich halt um hat keinen sinn alter der erste hat 37.000 also den möchte ich sehen läuft bestimmt irgendwo am rand rum oder so in der mitte ist nämlich zu gefährlich vielleicht hier oben ich geh mal nach ganz oben oh eine seele oh da bin ich länger worden oh die tidige Soweit mensch johu hier oder hat einer gespringten würde ich graff' sie das hallo sah num 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 aller Junge Bro Oha Komm schon, weißer, alter Holy shit, was bist du denn? Wer bist du? Oh mein Gott Nice Da hat er mich gefragt, Leute Was macht man da? Man geht zum Kopf Und lässt ihn nicht durch Na, aufpassen Vollige Konzentration 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 Ja, er rennt weg Oder auch nicht Konzentration Schon habe ich mehr Platz Ha, und da ist der Ausgang Perfekt Haha Ich habe es geschafft Auszubüchsen Ich bin ein richtiger Verbrecher Ich bin ein richtiger Skiller Ha Komm her, Volvo Volvo Bitch Get wrecked, bitch Diesmal aufpassen Dass hier keiner In die Quere kommt Alter Alles für mich Yeeey Nice Nice Hab 5000 Alter, wir strike da Wie neins Nice Hier oben ist einfach niemand Richtig geil 6000 Richtig nice Oha Shit Er wusste, dass ich ihn fangen wollte Ach, come on Mensch, immer diese Leute Die das Spiel auch schon können Waren früher Bessere Zeiten Vor ein paar Tagen So vor 20 21 Tagen Da war das noch Ganz in Ordnung Hab es dich, du kleiner Wurm Zeig dir das Na 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 Komm schon, kleiner Wurm Du killst den jetzt Na 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 Haha Er kann mich so nicht killen Oh, leck Wer dadurch gestorben will Mega Oh mein Gott Nice Du nimmst den Teil Ich nehm den Teil So sind wir uns einig Danke Danke Bro Ich bin jetzt schon fast 10.000 Hup 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 Ist euch alle Ich bin voll gut am Start Das ist ganz schön geil Wisst ihr, das ist ganz schön geil Noch mehr Stuff zum Aufessen hier Oha Ich hab ja wusste schon gleich, dass ich ihn fangen wollte Ich hab ja wusste schon gleich, dass ich ihn fangen wollte Komm her, du blauer Ich lass ihn aber gehen Okay So, wo sind denn die kleinen Fische, man Oder die großen Ist mir egal Ich will die Wale, Alter Gib mir die Wale In einem Schlangenspiel Gib sie mir alle Ich hab die 10.000 Weib durch dieses kleine Oha Oh fuck Oh fuck Holy shit Den lass ich da Leider rumliegen Vielleicht werde ich ja gleich Platz 10 Ich bin ja gleich Ich bin nämlich kurz davor Heute ein Gelb Yeeey Vielleicht stoppt ja der Amerikaner hier gleich Verpasst, ich bin Platz 9 Jetzt Platz 8 Nice Schön gelb, goldig Wie mein Name da In der Liste steht das einzige Gelber mit nem Namen Platz 2 Aber er hat keinen Namen Irgendwie was weiß ich Namenloser Oh, pass auf China Ne, nicht China Aber Hab ich grad gelesen Oh mein Gott Immer geht das ab hier Halt die Fresse Alter Alter Ah Nice Junge 14k 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 15k 50k 15k 14k 34k 14k 14k 15k 15k 14k 15k 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 16k komm schon wix da wenn du stirbst dann bin ich dir dankbar wix da wix da wix da komm schon wix da du willst es doch auch komm schon wenn du stirbst hab ich den sack in der tasche okay ergibt keinen sinn aber ich hab's dann geschafft ja hätte ich ihn da eingeengt das wäre richtig mein gott wix da ist tot die wix da ist tot ist der 1 nice platz 2 liebe freunde platz 2 und hier ist nochmals haha kurz vor platz 1 ein bisschen fehlt noch auch gott er hat sie weggeschnappt komm schon wir werden platz 1 ich spüre es in der macht holy shit let's oh platz 1 yeah fucking yeah dieser macker ja also wir sind jetzt auf jeden fall geil wie immer platz 1 fast yeah zum zweiten mal in folge oh yeah oh yeah oh mein got just kill everyone just kill everyone holy shit nice 22.000 28 oder so war unser rekord irgendwie 500 glaube ich 28.500 werden wir hier ein ecken na schade schade schokolade wenn er tot wär das wär viel schöner als wenn er lebendig wär ja nein auch man oh fuck da ist dich da ist noch was da ist noch was da ist noch was da ist noch was 23.000 juhu wir kommen unserem rekord mehr können wir es schaffen können wir können wir können wir können wir er sprintet nur also er verbraucht seine energie mehr als ich komm schon nö alter ich hau ab hier mal wir sind hier am arsch der welt klar hier gilt nur das was ich sage tut tut, du 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 Safee Was willst du von mir, man Westen O, es bringt keinen grüner auf, warum nicht? Warum weht er mich nun haben aromatta ! ohne spaß sorry Sorry. What? Fuck you. Fuck you, Jelly. Sorry. Sorry, sorry. Ich wollte nur diesen einen Typen loswerden. Und dafür musste ich ein Loch, äh, einen Kreis machen und da warst du halt drinnen. Also, sorry. Oh, wir sind nicht mehr Platz 1. Der Rebel-Glord hat uns aufgeholt. Oh, shit. Close. Oh mein Gott. Nein! Ah, 25.000, ah, schade. Auf jeden Fall, erster Platz. Und danke, dass ihr wie immer dabei wart. Und ja, lasst ein Like doch, wenn es euch wieder mal gefallen hat. Wir waren kurz zum Rekord. Ah, schade. Das war mal wieder was, ne? Ja, egal. Wie immer, freut euch auf jeden Fall auf morgen und dann sehen wir uns bei Rocket League wieder. Ich bin raus, euer Golden Game. Und abonnieren. Ich freue gestern, wenn ihr es nicht verpassen wollt, wenn die Folge am morgigen Tag rauskommt, ne? Also, haut rein und bis morgen. Früh. Früh.